Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, was zu tun ist, wenn Sie nicht in Ihrem Konto bei Windows anmelden können. Die PIN ist nicht verfügbar. Wie Sie die PIN umgehen und Ihr Windows-Konto-Passwort zurücksetzen können. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Versplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems, über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wenn Sie auf Ihrem PC-Bildschirm die Fehlermeldung erhalten, dass die PIN nicht verfügbar ist, es ist etwas passiert und Ihre PIN ist nicht verfügbar. Kann dies auf verschiedene Probleme zurückzuführen sein, wie zum Beispiel Beschädigung des Benutzerprofils, Ausfall des Anmeldendienstes und so weiter. Im weiteren Verlauf des Videos werden wir besprechen, wie Sie sich anmelden und diesen Fehler beheben können. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Ursachen für diesen Fehler. Eine der häufigsten Ursachen für dieses Problem ist eine Fehlfunktion des Windows-Anmeldendienstes. Dies kann durch verschiedene Faktoren, wie Softwarekonflikte, beschädigte Systemdateien oder falsche Einstellungen verursacht werden. Manchmal kann das Problem auch auf ein beschädigtes Benutzerprofil zurückzuführen sein. Falsche Sicherheitseinstellungen und einige Betriebssystem-Updates können Konflikte oder Fälle bei der Verwendung der PIN verursachen. Der Fehler kann auch durch Fälle in den Systemdateien, Festplattenprobleme oder Hardwarefunktionen versorgt werden. Lassen Sie uns also verstehen, wie Sie sich anmelden können, wenn dieser Fehler auftritt. Wenn Sie sich mit einem Kennwort zusammen mit Ihrem PIN-Code anmelden, können Sie ein Kennwort verwenden, wenn der Fehler, es ist etwas passiert und Ihre PIN ist nicht verfügbar, auftritt. Tippen Sie dazu auf dem Sperrbildschirm auf Anmeldeoptionen und wählen Sie die Option Passwortanmeldung. Nach erfolgreicher Anmeldung sollten Sie eine PIN-Rücksetzung durchführen, um das Problem zu behämen. So setzen Sie die PIN zurück, öffnen Sie Einstellungen, Konten. Wählen Sie unter Anmelding Einstellungen die Option Windows Hello PIN für Windows 10 oder PIN Windows Hello für Windows 11. Entfernen Sie die bescheinende PIN von Ihrem Computer, indem Sie Ihr Kennwort zur Bestätigung Ihres Kontos eingeben. Nachdem Sie die alte PIN entfernt haben, klicken Sie auf Hinzufügen oder Anpassen, geben Ihr Passwort ein und legen eine neue PIN fest. Mit diesen Schritten können Sie den Zugriff auf Ihr System wiederherstellen und das Problem der Verländer PIN verheben. Wenn Sie ein Microsoft-Konto haben, können Sie einen Bestätigungskode antworten, um sich im Falle eines ähnlichen Problems anzumelden. Sie können einen Code per SMS oder E-Mail antworten, um sich anzumelden. Sobald Sie den Bestätigungskode erhalten haben, müssen Sie ihn auf den Anmeldungsbildschirm anstelle Ihrer PIN eingeben. Auf diese Weise können Sie sich unter Umgehung des PIN-Problems anmelden. Für die Anmeldung muss der Computer mit dem Internet verbunden sein, da sonst die Anmeldung mit einem Microsoft-Konto nicht möglich ist. Wenn Sie sich anmelden könnten, überprüfen Sie den Dienst GNDG Key Isolation. Um den Dienst zu überprüfen, klicken Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf das Startmenu und wählen Sie Ausführen. Geben Sie Service MCS ein und drücken Sie Eingabe-Taste. Daraufhin wird das Fenster Dienste geöffnet. Suchen Sie den Dienst GNDG Key Isolation in der Liste und doppelt klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen. Überprüfen Sie den Start-Typ. Er sollte aktiviert sein. Ändern Sie den Start-Typ auf manuell, führen Sie ihn aus und starten Sie dann Ihren PC-Neuen. Sie können das PIN-Problem auslösen, indem Sie den Inhalt des PIN-Einstellungsverzeichnisses loschen. Windows speichert alle Informationen zu den PIN-Einstellungen im Ordner NGC. Wenn die Ordner beschädigt ist, ist die Anmeldung mit Ihrem PIN möglicherweise nicht mehr möglich. Um dieses Problem zu losen, loschen Sie den gesamten Inhalt. Öffnen Sie im Explorer-Ansicht Anzeigen ausgeblendete Elemente. Navigieren Sie dann zur folgenden Pfad. Wählen Sie den gesamten Inhalt des Ordners aus. Storrens plus A und dann loschen, loschen. Dadurch wird der PIN-Code gelosht. Bei der Anmeldung sollte das System Sie nicht mehr auf, Ihre PIN einzugeben. Wenn die Möglichkeit, sich mit einem Kennwort anstelle einer PIN anzumelden, nicht verfügbar ist, können Sie den Ordner NGC loschen oder den Dienst über die Befehlzeile aus dem Systemwiedererstellungsmenü starten. Drücken Sie die Umschalt-Taste und starten Sie den Computer neu. Öffnen Sie im Wiedererstellungsmenü Problembehandlung. Versuchen Sie zunächst, den Schlüssel-Isolisierung-Dienst zu aktivieren. Führen Sie den Befehl Regedit aus, um die Registrierung zu öffnen. Wählen Sie hier den Abschnitt HK-Lokal-Maschine und geben Sie dann zum Menü und geben Sie den Pfad der Systemdatei an. Gehen Sie zu dem Pfad. Der Buchstabe des Systemdatenträgers kann variieren. Sie können ihn anhand seiner Größe bestimmen. Wählen Sie die Datei System und klicken Sie auf Öffnen. Geben Sie einen Namen für die Datei an. Um im Abschnitt HK-Lokal-Maschine sehen Sie einen Unterabschnitt mit dem angegebenen Namen. In diesem Unterabschnitt gehen Sie zu Überprüfen Sie hier den Wert des Parameters Start. Der Wert sollte 3 sein. Ist er das nichts, ändere Sie ihn. Geben Sie zurück zum erstellten Unterabschnitt. Dann File Unload Pass Starten Sie den PC-Neuen. Daraufhin sollte die Pin funktionieren. Wenn das nicht funktionierend hat, löschen Sie den Ordner NGC. Starten Sie das System im Wiederstellungmodus. Feilersuche Angabe Aufforderung Führen Sie diese Befälle aus, um den NGC-Order zu löschen. Das ist die zweite, die Planung von den NGC-Einhalten in der NGC-RM-Maschine. Aber ich gebe inneucharist, die Linz ist erstellten Sie nicht mehr. Ich habe eine Möglichkeit, die Linz auf Geschenken zu verkündigen. Hier habe ich auch noch ein paar Minuten zur Verfügung. Und da Sie die Linz ansehen, um die Linz auf die Linz anwenden NGC-RM-Maschine zu prüfen. Starten Sie den Computer neu, dadurch wird den PIN-Code entfernt und Sie können sich mit Ihrem Kennwort anmelden. Eine weitere Möglichkeit, das PIN-Problem zu beheben, besteht darin, das letzte System-Update zu deinstallieren. Starten Sie Ihren PC im Wiedererstellungsmodus und gehen Sie dann zur Problembehandlung, Erwartete Optionen, Updates entfernen, Letztes Update entfernen. Dies kann helfen, wenn das letzte System-Update die Ursache für den Fehler war. Sie können auch versuchen, den letzten gesparteten Wiedererstellungspunkt zu laden. Aufnehmen Sie dazu im Wiedererstellungsmodus Problembehandlung, Erweiterte Optionen, Systemwiedererstellung. Wählen Sie hier den letzten funktionierenden Wiedererstellungspunkt aus und laden Sie ihn. Seien Sie vorsichtig, können Sie einige Dateien und Ängste eindrücken, an Ihnen während des Downloads zu verlieren. Wenn Sie wichtige Dateien verloren haben oder der Zugriff auf das System-Laufwerk festgeschlagen ist, um sie wiederherzustellen, können Sie die Datenwiedererstellungssoftware, Height Map-Ritimische Recovery, verwenden. Schließen Sie dann das Laufwerk an einem anderen PC an und scannen Sie den Datenträger, finden Sie die benötigten Details und stellen Sie sie wieder her. Die letzte Anmeldungsmöglichkeit besteht darin, das Passwort für Ihr Konto zurückzusetzen. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben und sich nicht mit Ihrem PIN anmelden können, versuchen Sie, Ihr Passwort zurückzusetzen. Für diese Methode benötigen Sie ein botfälliges Flaschlaufwerk mit einem Linux-Betriebssystem. Laden Sie die Linux-Distribution vor der offiziellen Website herunter und erstellen Sie ein botfälliges Flaschlaufwerk mit Rufus, Entscher und einem anderen endliches Programm. Schließen Sie den USB-Stick an Ihrem Computer an und starten Sie ihn von USB. Beim Botten von einem USB-Stick wählen Sie die Option 3Linux in meinem Fall Übende. Nach dem Botten des Systems öffnen Sie das Menü Anwendungen, Anzeigen und starten Sie Software-Updater. In dem sich öffnenden Fenster markieren Sie auf der Registerkarte umbinden die Software das Kätzchen neben Community Maintain-It-Free und Open-Store-Software, klicken Sie dann auf Schließen und Neunladen. Danach kann das Fenster minimiert werden. Klicken Sie anschließend mit der Rechnenmaustaste auf den Backstop und starten Sie Terminal. Führen Sie im Terminalfenster den Befehl zur Installation des Pakets zum Erlösen und ändern der Windows-Passwort-Datenbank-Stamp aus. Gehen Sie dann zum Explorer und öffnen Sie das Laufwerk, auf dem Ihr Windows-Betriebssystem installiert ist. Sie können es an seiner Größe erkennen. Navigieren Sie zu folgenden Pfannen. In diesem Versagnis sollte sich eine Datei STAM befinden, die wir mit dem zuvor installierten Modifikator bearbeiten werden. STAM ist ein Sicherheitskomponent-Manager im Windows-Betriebssystem, der die Kontaktenbank verwaltet. Mit seiner Hilfe können wir das Passwort für ein bestimmtes Konto zurücksetzen und uns unser Passwort anmelden. Klicken Sie dazu mit der Rechnenmaustaste auf den leeren Bereich und wählen Sie im Terminal öffnen. Dieser Ordner wird dann im Terminal geöffnet. Um die Windows-Konten über SAM anzuzeigen, verwenden wir den folgenden Befehl. Damit wird eine Liste aller Windows-Konten angezeigt und das Passwort eines bestimmten Benutzers zurücksetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Hier müssen Sie den Namen des Kontos angeben, dessen Passwort Sie zurücksetzen möchten. Drücken Sie Enter. Wählen Sie dann den ersten Punkt aus der Liste. Geben Sie zu diesem Zweck die Zahl 1 ein und drücken Sie Enter. Als Erkenntnis sollten Sie das Passwort Cleared sehen. Geben Sie als nächstes Q zum Bandit ein. Danach starten Sie das System neu, entfernen das Flashlaufwerk und starten Windows. Daraufhin wird das Passwort des Kontos gelöscht. Nach dem Button wird das System nicht mehr nach dem Passwort oder dem Pin fragen und die Anmeldung erfolgt automatisch. Wie Sie sehen können, kann die Anmeldung bei Windows aufgrund verschiedener Fälle schwierig sein. Jetzt kennen Sie jedoch einige Methoden, die Ihnen helfen werden, dieses Problem zu loschen. Mit diesen Methoden können Sie den Zugang zu Ihrem Konto wiederherstellen und erhindert mit dem Betriebssystem weiterarbeiten. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Headman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für Zuschauen. Auf Wiedersehen.